Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Jonas Struck, herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Wir schauen uns heute mit einer Reaction das neue YouTube-Video vom lieben Danny Adams an. Es geht um, einfach, Doppelpunkt, 10.000 Euro monatlich mit Instagram verdienen. Das ist irgendwie so ein bisschen mein Thema und ich dachte, ich reagiere da mal drauf. Danny, falls du es siehst und falls du nicht möchtest, dass ich hier drauf reagiere, melde dich sehr gerne, dann nehme ich es aber sofort runter. So, wir gehen hier rein, ich mache hier Doppelklick. Ladies and Gentlemen, mit diesem Handy hier, mit diesem Handy, habe ich im letzten Monat über 74.000 Euro nur mit Instagram gemacht. 74.000 Euro nur mit Instagram, eher selbst. Ein Prospect, oder was, der Danny? Nur mit Instagram. Und das im ersten Monat mit einem neuen System, was ich vor einem Monat so richtig rausgefunden habe. 1, 2, 3, ist das für 1 oder für 2 Millionen der Clickfunnels Award? Ich glaube, ich sehe 1. 3 Awards, die hängen schief, mein Lieber. Die hängen voll schief. Schade. Marius Walo, Matteo Hamann. Kannst du mit... 3 schiefe Clickfunnels Awards... Wirst du mit diesem System auch innerhalb der nächsten 4 Wochen zumindest mal 10.000 Euro machen? Klare Antwort, ja. Wirst du das System hier jetzt erfahren? Klare Antwort, ja. Können wir das System auch für dich im Detail ausarbeiten? Klare Antwort, ja. Das gibt es in meinem Coaching. Das machen wir in meinem Coaching. Unter dem Video findest du einen Link dazu. Ja, aber jetzt hier werde ich dir auf jeden Fall schon mal erzählen, worum es geht. Und was du grob machen musst, ja. Diesen Rahmen gebe ich dir auf YouTube sehr, sehr gerne. Und vielleicht wirst du alleine durch das Schauen von diesem Video bereits im nächsten Monat trotzdem 10.000 Euro machen. Nice. Grundvoraussetzung dafür ist, dass du ein eigenes Produkt hast, Coaching-Dienstleistung im hochpreisigen Segment. Hast du das noch nicht? Komm sowieso in mein Coaching. Unter diesem Video ist ein Link. Ja, können wir das gemeinsam miteinander entwickeln, so ein Produkt. 10.000 Euro über Instagram. Es geht immer darum, irgendwie Leads zu generieren. Ich denke, dieses Video geht darauf hinaus. Größter Engpass für Coach-Berater, Dienstleister, Agentur, Inhaber und Co. sind genügend Kontakte in meinem Terminkalender. Falls ja, mache ich Umsatz. Auch wenn ich der schlechteste Verkäufer bin. Wenn ich dir 10 Sales-Gespräche in der Woche gebe, auch wenn du das schlechteste Verkäufer bist, würde ich jetzt einfach mal behaupten, du würdest einen Abschluss machen in der Woche. 10% Abschlussquote kriegst du ja wohl hin. Wenn es 2.500 netto sind, bekommst du auf deine 10.000. Wenn du aber schon so ein Produkt hast, also das geht jetzt raus hier an alle Coaches, Berater, Agenturen und so weiter und du machst nicht mindestens 10.000 Euro nur über Instagram-Akquise im Monat, hast du ein riesiges Potenzial. Es ist so einfach. Okay. Ich sage dir jetzt ganz genau, was du machen musst, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Weil die komplette Strategie... Entschuldigung, dass ich jetzt noch mal Pause mache. Ich muss auf diesen PC gucken. Ich muss mir diese Tastatur anschauen. Und dann sehe ich Memory PC. Wir lieben deinen PC. Das ist der Wahnsinn. Aber auch das, was ich dir sage, ist schon der Wahnsinn. Okay, let's go. Also, ich bin gespannt. Ich freue mich. Falls du jemand bist mit Reichweite, ist es am allereinfachsten. Ja. Dann schreibst du einfach die Leute an, die dir folgen, die deine Storys gucken, die bei dir Abonnent sind. Und falls du aber jemand bist, der aktuell noch keine Reichweite hat, also niemand folgt ihm bei Instagram, machst du folgendes. Erstens, bau dir ein sauberes Profil auf. Ein sauberes Profil muss nicht tausend Fotos haben oder tausend... Meine Online-Visitenkarte? ... und Beiträge oder so. Es reichen fünf. Fünf gute Fotos, aber... Ich würde sechs oder neun empfehlen, weil dann ist das so in einer coolen Reihenfolge auf Instagram. Dann fehlt da nicht so eins. Aber da kommt einfach nur der Grafikdesigner mir raus. Wirklich gute Fotos von dir. Ja, die zu deiner Nische und zu deinem Projekt passen. Ein wirklich gutes, sauberes Profilfoto ist absolut obligatorisch. Versuche darauf nicht auszusehen wie ein Claudio oder Kasper. Versuche darauf nicht irgendwie mega cool auszusehen oder irgendwas. Es reicht seriös, vernünftig. Und jetzt fängst du an, dich zu fragen, was ist deine Zielgruppe? Was ist denn deine Zielgruppe? Bist du Abnehmcoach? Wenn du Abnehmcoach bist, kannst du eigentlich folgendes machen. Du nimmst dir irgendeinen anderen großen Abnehmcoach. Ich nenne jetzt keine Namen, aber kannst du ganz leicht rausfinden. Und der hat bei Instagram Abonnenten, richtig? Ja. Und die Abonnenten kannst du sehen, richtig? Und die Abonnenten kannst du kontaktieren. Ist das richtig? Das ist richtig. Wird dann jeder dir antworten und sofort dein Coaching buchen wollen? Nein. Ja. Wie viele musst du, wenn du es optimal machst, anschreiben, ich sage jetzt nicht in welcher Form, um einen Sale, einen Verkauf daraus zu machen, um die 150 bis 200. Dann machst du einen Verkauf. Wie lange brauchst du, um 150 oder 200 Nachrichten zu verschicken? Einen Tag. Ein bis zwei Tage. Okay, länger brauchst du dazu nicht. Okay, also klar. Wir sprechen über einfach eine gewisse Akquise über Social Media. Bau dir eine Visitenkarte auf, find deine Zielgruppe, sprech dir an. Funktioniert das, was ich dir gerade sage? Ja. Ja. Seht. Musst du dafür auch wirklich rausgehen und Akquise machen und Leute anschreiben und ist das auch anstrengend? Ja. Ist das aber verhältnismäßig total einfach mit allen möglichen Dingen, die es da draußen so auf dem Markt gibt, damit sehr viel Geld zu verdienen? Ja. Wenn du gerade noch kein Angebot hast, kannst du dann im nächsten Monat eins kreieren, selbst als Anfänger? Ja. Wenn du ein bisschen länger brauchst, ist das ein Problem? Nein. Können wir das gemeinsam angehen? Ja. Wenn du jetzt allerdings schon jemand bist, der so ein bisschen Reichweite hat, ja, und jemand schreibt dir, dann machst du einfach Folgendes. Und alle, die ein bisschen Businessverstand haben, werden wissen, welchen Value ich dir da gerade gebe. Hätte ich das schon vor drei Monaten gewusst, wäre ich jetzt schon locker bei über 100.000 Monaten. Entschuldigung. Hätte ich das vor drei Monaten gewusst, dass ich Menschen ansprechen kann. Ich sehe drei Millionen Euro Umsatz über einen Clickfunnels Award. über eine große Online-Marketing-Funnel-Kampagnen. Ihr kennt alle die Ads von Danny. Über einen großen Ad-Funnel, über YouTube, über Facebook. Ich weiß gar nicht, ob er so primär auf Facebook war, aber primär absolut auf YouTube. mit seinem Freedom-Business-Coaching. Um dadurch Leads zu generieren. Mit großem E-Mail-Marketing, mit Freebies und 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 und. Hätte ich dann gewusst vor drei Monaten, hätte ich das vor drei Monaten gewusst, vielleicht nehme ich ihm jetzt was vor, aber das ist der erste Schritt, den man machen sollte, bevor man irgendwie ein Produkt hat, das man irgendwie etablieren möchte, ist es irgendwie rauszugehen und direkt eine gewisse Marktforschung zu machen. Monatlich damit, es ist so einfach. Wenn dich jemand anschreibt bei Instagram, schreibst du ihm zurück, wie kann ich dir denn helfen? Wie kann ich dir helfen? Du bist doch hier in dem Bereich bla bla bla, sonst hättest du mir ja nicht geschrieben. Wie kann ich dir helfen? Dann wird derjenige das sagen und dann bietest du ihm ein 30-minütiges kostenfreies Coaching an. Kostenfrei. Du gibst wirklich auch Value. Und dann stellst du am Ende des Calls zwei Fragen. Können auch mehr Fragen sein. Hat dir dieses Gespräch weitergeholfen? Ja, kannst du dir grundsätzlich vorstellen, bei mir zusammenzuarbeiten. Diese zwei Fragen verrate ich dir an der Stelle jetzt nicht im Detail. Hä? Mach ich nicht. Wie gesagt, unter dem Video ist ein Link zum Coaching. Das sage ich dir nicht, weil ich dir nicht mein ganzes Wissen gerne geben möchte. Ich gebe dir gern mein Wissen. Aber ich möchte, dass du das Wissen in einem Gesamtkontext bekommst. Und in meinem Coaching hast du knapp 30 Stunden Videoinhalt. Du hast sechs Coaching-Calls pro Woche. Da arbeitet mein gesamtes Team mit dir ganz eng zusammen. Du kannst auf meiner Webseite, unter dem Video ist ja ein Link zu meiner Webseite, da findest du auch einen Link zu Trustpilot. Da haben wir über 500 Bewertungen. Fast alle fünf Sterne. Und das nicht, weil wir irgendwie andere Bewertungen aussortieren. Sondern weil unser Coaching einfach geil ist. Geil ist. Es gibt ja Leute, die fragen uns, gibt es dich wirklich? Mensch, das ist ja online. Das glaube ich alles nicht und so weiter. Und hör auf, den Leuten Mist zu erzählen. Das ist kein Mist. Das ist alles so, wie es ist. Wir haben eine deutsche GmbH in Hamburg sitzen. Allein in Hamburg habe ich aktuell drei verschiedene Büros. Aber wenn du das nicht tun willst oder schon irgendwo anders in irgendeinem Coaching bist oder sagst, dann möchte ich dir trotzdem darum bitten. Geh auf Instagram und adressiere deine Zielgruppe. Überleg dir vielleicht ein Funnel, also überleg dir genau, wie du die anschreibst, in welcher Reihenfolge. Wie gesagt, das kriegst du auch gerne alles von mir geliefert im Coaching und das gebe ich nicht so. Entschuldigung, ich rede. Und dann mach das. So. Dann mach das. Ja, Instagram ist so eine unfassbare Cash Call. Ich hätte das nicht gedacht, wie gesagt. Letzten Monat über 74.000. Ich bin ziemlich sicher, in zwei Monaten bin ich bei sechsstellig monatlich. Nur darüber. Nur mit Instagram. Und es ist nicht sehr viel Arbeit. Ich bin ja Unternehmer, ich mache es eh nicht selber. Ich lasse das Leute für mich machen. Aber selbst wenn du es selber machst und du bist gerade jemand, der noch nicht viel verdient, damit kommst du ganz, ganz, ganz schnell nach oben. Und alleine nur, wenn du ein bisschen kreativ bist und du hast schon ein Produkt und du nimmst nur das, was ich dir gerade gesagt habe und fängst an, da jetzt selber Dinge auszuprobieren. Und ein bisschen Trial and Error zu machen, dann war das schon ein völliger Goldnugget. Lass uns das gemeinsam definieren. Lass uns Gas geben. Also mein Coaching kostet nicht einen Bruchteil von dem, was du damit in kurzer Zeit wieder rausholst. Soweit mein Pitch heute. Und so wird aber auch meine Gedanken zum Thema mit Instagram 10.000 Euro monatlich verdienen. Denn es ist so pipi einfach, es ist so leicht, wenn du das Mindset wirklich dafür hast und entwickelst, dass du das in kürzester Zeit schaffen kannst. Achtung! Disclaimer, ja. Solltest du einer von den ganzen Spinnern sein, die irgendwie denken, man schafft das mit ganz wenig Arbeit, dann lass mich in Ruhe. Okay? Geh irgendwo anders hin. Ja, mich auch. Spiel mit Murmeln oder so. Geh zu irgendeinem Coach, der dir das erzählt. Ich tue das nicht. Gerne. Du musst dafür reinhauen, ja. Das ist schon so. Geht zum Seid. Auch viel. Du musst richtig viel arbeiten. Eine ganze Zeit lang. Auch nicht nur kurz. Eine ganze Zeit lang. Aber die Belohnung ist unermesslich hoch. Ja? Also soll mir niemand sagen, ich würde hier irgendwelche übertriebenen... Okay. Ich glaube, hier kommt jetzt gerade nicht mehr viel. Fazit. Ja, absolut. Natürlich. Ich bin erstaunt, dass der Danny das noch nicht macht, beziehungsweise sein Team das noch nicht macht. Ich meine, er hat eine kleine Social-Media-Reichweite. Ich glaube, also größer als meine natürlich. Absolute Empfehlung für jeden Anfänger. Fang absolut nicht mit irgendeinem Website, Funnel, Ads, sonst was an. Sondern starte, geh raus. Bau dir eine Visitenkarte auf. Bau dir eine Social-Media-Reichweite auf. Das muss nicht krass sein. Das muss nicht viel Arbeit sein. Hol dir einmal einen Fotografen, der zwölf Fotos von dir postet. Dann machst du zwölf kleine Canva-Grafiken, wenn du es nicht besser kannst. Dann hast du 24 Posts, planst die direkt ein. Und dann gehst du raus und haust eine Akquise raus. Sprichst mit Menschen, holst Leute ein Erstgespräch. Value Call heißt es bei mir. Der Name fiel auch. Und let's go. Also es ist immer am Ende, hi, habe ich genügend Leads in meinem Terminkalender. Das ist ein System. Ich bin erstaunt, dass die GmbH vom Danny das noch nicht so macht. Und die nur 74.000 mit deren Reichweite, mit deren Standing letzten Monat damit gemacht haben. Aber let's go. Kann ich jedem empfehlen. Ansonsten liebe Grüße nach Spanien. Wenn dir dieses Video gefallen hat. Wenn du noch Bock drauf hast, auf weitere Reactions. Schick mir gerne mal irgendwie einen Vorschlag, worauf ich reagieren soll. Und ansonsten wünsche ich einen geilen Tag. Abonnier gerne diesen Channel. Ansonsten wünsche ich was. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.